So, wir sind mal hier zu der Tierpreparation wieder geflutscht, weil wir hoch zum Brepe-Versteck und da wir ja eh hier runter wollen, ja zum Schreien, die müssen wir auch noch zerstören. Da müssen wir noch 13 Stück zerstören in der Region. Markiert ist, also kraxeln wir den Berg hoch, ne? Okay, gehen wir los. Jo. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Nee. Glaube nicht, dass wir dann mit dem Auto hochfahren können. Seid ich auf der Karte nicht so auf. Aus, ja. Ist doch noch ein unentdecktes Gebiet. Oder auch? Ja, knappe 700 Meter. 650 jetzt, ne? Na, warte. Kuss mal. Äh, den wollte ich jetzt nicht, wollte ich mal. Helferlein mitnehmen, der mal aufsammelt. Ist er da? Ja, der sammelt immer Pflanzen. Das ist gut. Komm her, zu mir. Da brauche ich nicht selber sammeln, dann macht er das. Hehehe. Vielleicht finden wir noch einen Chrisli-Bären. Brauchen wir noch einen, ne? Ich bin gleich da. So. Einen Elch hier. Elchraut. Ja. Verschreiter. Ja. Wo denn? Wo denn? Geh mal kurz hier hoch. Wo denn? Ach, der Auton, ne? Hinter uns, die kommen auch angelaufen. Die beiden hier. Noch dein Signal. Ah ja. Na ja, gut. Die haben nix zu sagen. Können weitergehen. So. Ja. Du, 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 du. Ja, mit'n Quad, wenn wir hier hochkommen. Oh, da ist'n Waffenhändler. Ja, Waffenhändler ist hier. Ja. Oh, hier steht'n Rucksack. Zwei Rucksäcke. Gut. Noch wat? Das hab' ich nicht erwartet. Typisches Jagdgebiet hier. Kann sie schießen. Das hast du nicht erwartet? Wie werden die dein Dings... Dein Dings mobsen? Dein... Ach. Na, was werden wir warum mobsen? Ihr, ihr Quad, ne? Na, gucken wir mal. So. Brauchen wir noch den Chrisli. Ich verkaufe es mal kurz. So, Elchhaut auch noch rein. Gut. Schwarzbärn auch noch rein. Puma auch eigentlich. Und Federn. Gut. So, voll. Munition kaufen. Ach. Munition. Ist noch. Warum ich immer noch die Panzerweste kaufe, weiß ich auch nicht. Ja, die sagen die ja Blödsinn, weil... Die ist sowieso eben mit einem Schlauch kaputt. Eben. So. Hat die ja noch was anzubieten? Nö, Gott. Bist du auch fertig mit Einkauf? Geh jetzt. Du hast echt alles gegeben. Vielen Dank davon. Da kommt noch jemand in Quad. Halt sie auf. Aber kannst du aber mit mir mitfahren, ne? Kann mit dir mitfahren, ja. Wo bist denn du? Da. Ach, hau doch du mal ab, Mensch. Mit Angst. Ich kann noch immer nicht glauben, dass du Fähigkeiten hast. Bist du drauf? Warte mal, ich schau mal. Fack, schau. Bäh. Jetzt schau mal, oder? Ja, bist du nun drauf, oder denn nicht? Ja. Nee, ich bin nicht drauf. Der C-17.000, C-17.000. C, wieso 16.000? Ach so, jetzt lach ich mich. Ach, weil er mit drauf gestiegen ist, ne? Ach, du bist da hinten. Ich dachte, du fährst bei mir mit. Aber nimmst den anderen, okay. Wo müssen wir hin? Rechts, links? Ja, warte. Fahr mir hinterher. Komm erst mal hierher, wo du bist. Ja, geradeaus. An ihr vorbei. Meinst du, das Weib geht auf Zeiten? Nicht ums Verregen, du. Nee. So, dann fahren wir mal hinterher. Oh. So, da hoch fahren. Joa. So, die noch eine Käufe. Oh, wo ist es? Okay. Ach, du hast meinen Mitfahrer, meinen Begleiter mitgenommen. Gut. Ja, ich hab den mit. So, hat er da eine Spezialmusik im Anteil? Nee. Ja, mich ist das gut, dass er dahinter wie sitzt. Ja, ich fahr wohl zu schnell weg. Guck mal, wo die rumliegt. Drehbärversteck. Wo, 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 wo? Hä? Wo ist der gelbe Kasten, der uns da einfach machen müssen? Wo ist die Information? Oh, ich geh mal hoch. Da ist nix, da ist nix. Ach, hier drinne. Das ist da oben. Hier oben, ja. So, ein Trupp vom Widerstand hat sein Lager oben auf dem Raptor Peak aufgeschlagen. Aber ich habe schon eine Weile nix mehr von denen gehört. Hoffentlich geht es ihnen gut. Das ist ein, das ist ein gefährlicher Aufstieg. Oh. Zum Raptor Peak. Ja, komm. Müssen wir da oben hochklären, denke ich mal. Das kann was werden. Ja gut, hier ist nix weiter zu wollen. Ja. Na, na. Bei diesem Turm beginnt ein Fahrt, das hat jetzt von Werdsatt gekauft hier. 2995. Ein Fahrt, na komm, da fahr ich hoch. Wenn da ein Fahrt hochgeht. Das würde auch werden dann, doch. Ja, werden wir jetzt sehen. Ja, also ich, ja gut, ich fahr da nicht. Bei ihm, das ist das. War das. Ja. Ihr müsst schauen, dass er überlebt, ihr. Vorsicht, Puma! Vorsicht, Puma! Ja, ja. Schwarzbären. Weiß gar nicht, bist du da nicht hinter mir, oder bist du weit weg? Bist du weit weg. Ich glaube, die dürften dem Bär entgegenkommen. Oder ist vorbeigelaufen bei dir, ne? Ja, ist vorbeigelaufen. Einsammeln. Einsammeln. Das ist doch die... Nein, einsammeln braucht Geld. Oh, jetzt rollt ihr hier runter. Puh, nö. Dann lassen wir das gut. Ich glaube, hier können wir auch wieder runterfliegen, ne? Mit dem Wingshüt. So, ja, hier wird schon. So, die Frage ist bloß, die Frage ist bloß, die Frage ist bloß, wo? Da müssen wir hoch. Ist da ein Haken bei dir? Ne, ne. Da müssen wir, glaube ich, hier rüber. Oh, 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 oh. Alter, nicht runter, wo wirst du da unten? Bist du bescheuert? Äh. Alter. Alter, Falte. Ja, bin aus Versehen zu weit gelaufen, rüber gerutscht. Na, tolle Kacke, jetzt häng ich hier unten. Mh. Äh. Das ist eklig. Kommst ja auch nirgends wo hoch. Eklig? Ja, kommst ja auch nirgends wo hoch. Egeladen, da ist er. Und den kann ich auch nicht anvisieren. Toll. Juhu. Ja. Ja. Ich glaube, ich lasse nicht. Hier bin ich. Ja, schön, dass du da bist, aber ich nicht. Hahaha. Warte mal, ich bin doch nirgends da. Irgendwo. Fehlt noch was. Ich werde mich überhaupt ein bisschen weiter wegentfernen, denn er wird bestimmt, dass du bei dir hingespawnt. Ich hoffe mal, dass du nicht zu dir komm und du nicht zu mir. Da geht's noch weiter, 115 Meter. Genau. Jo, da ut из noch ganz schönes Ecke. Da hoch. Pfff. Tadadadadadam. Muss die Geier abschießen, ne? die haben abgelassen von je nachdem ich mir gekommen bin wahrscheinlich ich kenne die geluft mehr hier oben genau so wie ist er jetzt heute komm jetzt hin oh nochmal nach vorne ach das wird doch nicht das nest sein wo wir da hin müssen Aua geier du ja wir müssen zum nest da oben ist das nest ja muss wieder hoch hier lichtet muss nur den da muss nur den Weg folgen Olaf außen lang ja ja geh weiter geh weiter geh weiter hier 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 trete dich um trete dich um hier lang gehen ja ja geh weiter geh weiter geh weiter rum guck mal das nest da nochmal hoch ahja ja genau so mal runter hier durchschleichen nehm ich mal an hier liegt auch noch Munition da da ist das nest da ist das nest ein zweites nest ne ist ja noch nicht alles eh Kletterhaken da oben da oben ja da müssen wir rüberschwingen wieder ich glaub weee 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 so mal runter ne weee ach du kacke das kann ja nicht werden und nochmal wenn hier jetzt glaub ich abschmierst bleibt erstmal stehen ne Olaf naja sowieso ich guck immer zu wie die oben ankommen ok jo ich bin abgestürzt ah ausversehen falsche Tassen noch gedrückt ging gleichzeitig kacke aufgeben ja uuuuuh bleibt noch oben stehen schwing noch nicht ne ah weil sonst wenn du jetzt abschlüsst müssen glaub ich den ganzen Berg nochmal von 9 hoch klettern ich bin zu von 9 hoch ooooh ne ich will nicht hier hier bei ihm über Olaf spawn um 13.12 11 Sekunden gut abwarte bis ich da bin dann kannst du gerne deine Kletterkünste Schwingkünste kache meinst du nicht dass wir da einfach hoch sollten. Einfach nicht schwingen. Ich glaube nicht mehr so das schwingen es sein. Hey, was ist mit meiner Maus? Funktioniert die hier? Ich schwinge mal nicht. Ich gucke mal so. Bist du jetzt da? Jetzt geht's dir wieder gut, ja. Ich bin hinter dir. Mach gut. Nee, nee, musst du schon rüberschwingen. Hochklettern bringt nichts. Achso. Weil da drüben ist ein Kletter-Dingsbums da, wo du rübergreifen musst. Ahja. Wiii. Ja, ist auch naja. Ja, kannst auch direkt hier gegenüber. Du würdest das da hinten hin, zum anderen Ende. Ja. Okay. Naja, mal sehen. Vielleicht klappt das ja auch. Aber darfst du, dürfte das schwingen. Der fällt nicht stören. Das stört der Felsen, ja. Ja, du musst weiter nach links schwingen. Da ist auch noch mal so n Teil. Genau da hin. Jo. Noch weiter links. Da ist noch mal so n Kletter-Ding zum Hochklettern. Wie nicht? Nein, du. Scheiße hier. Das staubt hier. Wiii. Ach, Olaf schwingt einfach zu gerne. Hm. Man, ich schwing nie. Da komm ich nicht hin. Da zeigt dir mal nix an. Na, du musst höher klettern vielleicht. Na, da wo du hinschwingst. Du schwingst ja jetzt immer neben dem Felsen. Du musst weiter links schwingen. Ich kann nie weiter links schwingen. Da haut er mir nämlich eine runter. Jedes Mal. Ja, wenn nach vorne, nach links. Eigentlich. Jedes Mal kriege ich einen Schubs. Ja, von meiner Warte auf schwingst du jetzt nach rechts und dadurch kommst du hinten immer an den Felsen ran. So, jetzt bleib mal so weiter schwingen. Genau so. Genau so. Jetzt geht er wieder nach rechts. Bewege es vielleicht immer die Maus ein bisschen. Ich krieg den Kletterhaken zwar angezeigt, aber ich kann ihn nicht auslösen. Ja, nicht Kletterhaken. Da ist so'n, so'n Dings, so'n, so'n Kletterband, ne? Das meinst du? Nein, da ist ein Kletterhaken. Ja, du sollst da rüberspringen, da wo die Kletterseile sind, nicht den Kletterhaken. Hoppala. Jetzt bin ich tot. Hoppala. Jetzt ist er unten. Ok. Ja. Jetzt muss ich warten, bis du da bist. Ja. Ich gebe mal auf. Ich bin sowieso da in einer Feldspalte drin. Ich finde nie jemand. Ne, dann machst du jetzt einen auf Ötzi. Ja. Dann warte ich mit den Kletter. Ja. Ne, dann warte ich mit den Kletterhaken. Ja. Ne, dann lassen Sie es. Kletterhaken! Ja. Nein, ein. Dering. 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 G�. Dering. Ich hab die Hände! Gut. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder versuchen. Ich kann mich auch nicht rühren. Warum kann ich mich nicht rühren? Ja, ging bei mir auch nicht. Da habe ich mal kurz die Windows-Taste gedrückt und dann wieder zurück. Kann mich der denn mal sehen? Ja, ging bei mir auch nicht, Olaf. Deswegen kurz die Windows-Taste und dann nochmal. Habe ich schon. Ja, und dann wieder zugemacht und dann war ich im Spiel. Habe ich kurz rechte Maustaste gedrückt. Oder linke. Und dann konnte ich mich bewegen wieder. Jetzt geht es wieder. Ja, mit dem ESC musst du nicht. So, und. So, und. Oh, nö. Huf. Alter. Gegen das Zügekommeln, ein Hufschrauber fliegt da hoch. Polsch, ich will nicht weiter fallen. Ganz runter. Alter, oh, alter, alter, alter. Tö, 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 tö. Ich bin doch nicht so schnell mit dem Finger, der gleich noch meinen Gleitschirm aufmachen kann. Bei mir bestimmt auch wieder hier. Tö, 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 tö. Nicht gehen. Tö, tö, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei, eins. Ne, jetzt geht es sofort, okay. Alter, kann ja nicht so schwierig sein, da rüber zu kommen, oder? Ja, kannst du mal rollen auf? Ja, machen können, ich kann nicht immer, ich kann nicht immer, den Ding auslösen. Verdammt, Juri, normal. Verdammt, Juri, normal. Was ist du denn? Ja. So, na, springe ich normal. So. Machst du. Doch weiter tiefer, oder was? Aber tiefer. Ah, ne, da komm ich hier unten auf, okay. So, war denn die Kletterhallen gesehen? Ja, kann sich nur wieder um Stunden handeln. Ah, nein, 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 nein. Schon wieder. Also, gleich holen wir einen Hubschrauber. Das ist bloß die Frage, kannst du lange hochfliegen, weißt? wie ist so lange hoch fliegen? du meinst vor der Höhe her? jo mit dem Hubschrauber noch freilich na freilich sagt er, ja ja ist ja normal, mit dem normalen Hubschrauber kannst du bis 3500 oder sowas fliegen ja ich weiß ja nicht wo gut der Berg ist, hoch genug zum sterben 3, 2, 1 und action perfection oder was? ne, ich hab jetzt auch wieder ein Problem, da der wieder hier dass du die wieder nicht bewegen kannst genau ja, das ist beim Jahr gewesen ok, aber mit der Alt-Taste drücken, dann geht das wieder ich hab dann die ESC-Taste gedrückt, um ja rausgekommen aus dem ganzen so, willst du da mal versuchen? versuch nochmal dein Glück na, guck schau ich kann jetzt nicht mehr den ersten auswählen also das ist doch, kannst du mal sagen was willst, das ist alles verpackt ein bisschen da musst du vielleicht mal dichter rangehen das ist wie bei der Brücke, wenn du zu weit weg bist, dann wird die kein E angezeigt zum Kletterhaken trau dich da bin ich so ein bisschen näher rangehen ja, geh noch einen Schritt 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 guck mal hier, 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 wo ich stehe hier musst du stehen ja, jetzt bin ich soweit trau dich, geh noch einen Schritt und er schwingt wieder nach rechts so wieder nach da warum er nach da will, weiß er auch nicht da oben ist nämlich der Kletterhang, da wurde doch angezeigt, da will ich hin da, ja ja, da musst du aber auch höher klettern oh da musst du auch höher klettern, damit du ihn auch abwerfen kannst, den Kletterhaken ja sonst, wenn du so tief unten hängst, hängt ist so wie jetzt eben beim Gehen, weißt, wenn du zu dicht, äh, zu weit weg bist, dann wird der dir nicht angezeigt ja bloß wenn du wieder zu hoch bist, dann hast du nicht zu viel, äh, Seil, um da dicht ranzukommen, weißt ja, eben und du stößt immer gegen eine Felswand ja, eben ja deswegen ist meine Vermutung, du musst da rüberspringen da, wo du nach links kommst ja, da wurde das ja nicht angezeigt, aber ist doch, ist doch gerade den angezeigt ja, da wurde das ja nicht angezeigt, ich mein, ohne Gott, ja das ist wie bei der Brücke, ne bei der Brücke wurde das auch angezeigt, auch wenn du da rüber standest da ist der Hinweis, da gibt es Kletterhaken da musst du nur den richtigen Punkt finden, um ihn auch zu nutzen kannst du es gerne versuchen, ob du von da aus setzt, wenn du so schwingst, da hinkommst wie 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 vorbeigesprungen ja 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 jetzt bin ich aber da an der senkrechten Wand liege ich ich halte mich fest, ne he 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 ah, so mal gucken, aber von wo kommen wir, da kommen wir nicht ran ja, ja, ich weiß, was du meinst mehr mit dem, ja, wird dir angezeigt, aber du kommst halt nicht hin innen, weil du immer mit dem Seil gegenstößt ja, innen bist du schon da bist du schon da jetzt komm ich bin da und diesmal kann ich mich noch da bewegen, das gibt's ja nicht ähhh, bin schon wieder gestorben alter, ich hol gleich den Schuhl du schuhl mir tot? jo, ich spring gleich irgendwo, hol mir den Schuhlschrauber hol mir den Schuhlschrauber können die Zuschauer noch nicht sein, dass wir 20 Minuten lang sterben ich probiere, ich probiere mal was anderes, ich probiere mal was anderes warte mal, ich weil das, das kann ich mir gar jetzt so vorstellen, dass du da nicht rankommst warte mal kurz so, und jetzt geh ich hier mal hoch warte mal kurz, ich bin noch nicht da ach so ja, ja ich springen kannst ja noch was, aber bis ich da bin